Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Für WIDA könnte sich der heutige Tag ein bisschen so anfühlen, als würdest du auf der Stelle treten und deine Frustration würde im Laufe des Tages wachsen. Du könntest das Gefühl haben, dass die Dinge nicht so laufen, wie du willst, aber es ist wichtig zu erkennen, dass die Situation nicht so schlimm ist, wie sie scheint. Ein Großteil dieser Unruhe könnte von der Erwartung oder Angst vor kommenden Ereignissen herrühren und nicht von den aktuellen Umständen. Es ist wichtig, die Reizbarkeit in den Griff zu bekommen, denn sie kann Spannungen unnötig verschärfen und Probleme schaffen, wo es keine gibt. Wenn du mit solchen Herausforderungen konfrontiert wirst, ist es wichtig, bestimmte Strategien anzuwenden. Stell dein Urteil zurück, finde heraus, was für dich am besten funktioniert und bemühe dich, den Tag positiv zu beenden. Wenn du offen und mitfühlend mit dir selbst umgehst, vor allem wenn du eine nicht so gute Entscheidung getroffen hast, kannst du daraus lernen. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um positive Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten zu entwickeln. Wenn du gut planen kannst, zum Beispiel indem du deine Kleidung im Wohraus aussuchst oder deine Wochenendaktivitäten organisierst, dann versuche, deine Ernährung und deine körperlichen Aktivitäten ähnlich vorausschauend zu gestalten. Sich auf arbeitsbezogene Aufgaben zu konzentrieren, könnte heute eine Herausforderung sein. Selbst wenn es dir gelingt, dich zu konzentrieren, könnte es schwierig sein, deine Aufgaben mit Enthusiasmus oder Leidenschaft zu erfüllen. Wenn möglich, solltest du deinen Arbeitstag früher beenden. In einem Zustand des Selbstkonflikts zu verharren, ist wahrscheinlich nicht produktiv. In deinen persönlichen Beziehungen könnte es zwischen dir und deinem Partner zu Spannungen kommen. Das ist aber nichts, was du nicht in den Griff bekommen könntest. Überlege dir, wie zufrieden du in deiner Beziehung bist. Es ist wichtig, dass du dir und deinem Partner gegenüber ehrlich über deine Gefühle und Bedürfnisse bist. Diese Ehrlichkeit kann später zu einer tieferen Verbindung und gegenseitigem Verständnis führen. Als jemand, der nach Gleichgewicht und Harmonie sucht, fließt dein Leben oft in einem Rhythmus, der sich vertraut und beruhigend anfühlt. In dieser Woche stehen die Sterne jedoch so, dass sie eine subtile, aber bedeutende Überraschung in dein Leben bringen. Diese unerwartete Wendung wird nicht weltbewegend sein, aber sie wird dir eine neue Perspektive oder eine neue Gelegenheit bieten, mit der du nicht gerechnet hast. Egal, ob es sich um eine zufällige Begegnung, eine plötzliche Erkenntnis oder eine kleine Geste von jemandem aus deinem Umfeld handelt, diese Überraschung wird deinen Alltag aufregender machen. Nimm sie mit offenem Herzen und Verstand an, denn sie könnte der sanfte Anstoß sein, den du brauchst, um neue Wege zu gehen oder eine vertraute Situation in einem neuen Licht zu sehen. Denke daran, dass nicht alle Überraschungen groß sein müssen, um bedeutsam zu sein, manchmal sind es die kleinen, unerwarteten Momente, die die nachhaltigste Wirkung hinterlassen. Der Übergang des Mondes von der Waage in den Skorpion markiert eine Zeit der Transformation und des Loslassens von Frustrationen. Der letzte Aspekt des Mondes in der Waage ist ein Quadrat zu Pluto, gefolgt von der Ausrichtung des Mondes im Skorpion zu Saturn. Diese Übergänge deuten darauf hin, dass du in der Kommunikation vorsichtig sein musst. Achte auf deine Worte, denn die Energie des heutigen Tages ist komplex und könnte intensive Emotionen hervorrufen, die schwer zu bewältigen sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für wieder heute darum geht, Erwartungen zu managen, positive Strategien zur Selbstverbesserung anzuwenden, einen Ausgleich zwischen Arbeit und emotionalem Wohlbefinden zu schaffen, Spannungen in Beziehungen mit Ehrlichkeit zu begegnen und in der Kommunikation unter dem Einfluss der Mondübergänge vorsichtig zu sein. Diese Aspekte mit Geduld, Selbsterkenntnis und aufmerksamer Kommunikation zu meistern, kann zu persönlichem Wachstum und besseren Beziehungen führen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Weltkarte steht für Vollendung, Erfüllung und das Erreichen eines wichtigen Ziels oder Meilensteins. Sie steht für ein Gefühl der Vollendung und für einen Moment der Ganzheitlichkeit. Für den heutigen Tag deutet die Welt darauf hin, dass du kurz davor stehst, etwas Bedeutendes zu erreichen. Es ist an der Zeit, deine Erfolge zu feiern und das Gefühl des Abschlusses und der Erfüllung zu erkennen, das mit dem Erreichen deiner Ziele einhergeht. Die 5 der Stäbe ist eine Karte des Konflikts, des Wettbewerbs und des Kampfes. Sie steht oft für das Aufeinanderprallen von Ideen oder Interessen, was zu vorübergehendem Chaos oder Spannungen führt. Heute zeigt die 5 der Stäbe an, dass du vielleicht auf Widerstände oder Meinungsverschiedenheiten stoßen wirst. Es ist wichtig, Konflikte mit Diplomatie anzugehen und Wege zu finden, Differenzen zu lösen, ohne unnötigen Streit zu verursachen. Das umgekehrte Ast der Münzen deutet auf eine Verzögerung oder eine verpasste Gelegenheit in den materiellen oder finanziellen Aspekten des Lebens hin. Es kann darauf hinweisen, dass ein potenzieller Start oder ein neues Projekt auf Hindernisse stößt oder sich nicht wie erwartet manifestiert. Das umgekehrte Ast der Münzen rät dir heute, deine finanziellen oder materiellen Vorhaben neu zu bewerten und zu überlegen, ob es verpasste Gelegenheiten oder finanzielle Rückschläge gibt, die du angehen musst. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf eine Mischung aus Erfolgen, Konflikten und finanziellen Überlegungen hin. Die Welt feiert deine Errungenschaften und den Abschluss einer bedeutenden Phase, während die 5 der Stäbe dich ermahnt, alle Konflikte, die entstehen könnten, mit Takt und Verständnis zu lösen. Das umgedrehte Ast der Münzen fordert dich auf, deine finanziellen Bemühungen zu überdenken und verpasste Chancen zu nutzen. Feiere heute deine Erfolge und erkenne sie mit Dankbarkeit an. Wenn du mit Konflikten oder Meinungsverschiedenheiten konfrontiert wirst, solltest du sie im Geiste der Zusammenarbeit angehen und dich um eine friedliche Lösung bemühen. Nimm dir außerdem die Zeit, deine finanziellen Ziele neu zu bewerten und alle Hindernisse oder verpassten Gelegenheiten bei deinen finanziellen Unternehmungen anzugehen, um zukünftigen Erfolg zu gewährleisten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017